Die DHV News vom 21. September 2018 CDU-Mann Rüddel für Cannabis-Modellprojekte Hanfpartei gegründet Herzlich willkommen bei den DHV News. Da sind wir wieder. Videomann Max ist zurück aus dem Urlaub, sehr entspannt unterwegs, hat er mir gerade gesagt. Also wir starten wieder frisch in die neue Videosaison sozusagen. Aber ansonsten geht es sowieso weiter beim Hanfverband. Es steht viel an, dieses Wochenende, das Herbstfest für DHV-Mitglieder. Einige von euch werde ich da wohl sehen. Die gucken jetzt gerade das Video auf dem Herbstfest. Schöne Grüße und bis gleich in dem Fall. Und die Cannabis-Normalkonferenz steht natürlich an. Wiederum viele von euch Mitglieder, Firmensponsoren werden in den nächsten Tagen eine persönliche Einladung nochmal im Briefkasten haben. Also auch da ist Zeit, Tickets zu sichern für die Cannabis-Normal. Und da jetzt gerade zwei Wochen ausgefallen sind an News, habe ich eine ganze Latte von hochinteressanten Nachrichten, wie ich finde. Und die interessanteste davon und wichtigste vielleicht ist die über den CDU-Mann Rüddel. Vor einem Jahr, kannte ich den noch nicht, der ist dann mit der neuen Koalition jetzt Vorsitzender im Gesundheitsausschuss im Bundestag geworden. Also kein Hinterbänkler, durchaus jemand mit Einfluss, insbesondere eben auch in der Drogenpolitik, weil er da eben im Gesundheitsbereich, wo das ja verhandelt wird, eine wichtige Person in der CDU ist. Und der hat sich tatsächlich für Cannabis-Modellprojekte ausgesprochen. Ihr wisst, wir haben gerade eine spannende Situation im Bundestag. Drei Anträge liegen vor. Die Linken fordern Entkriminalisierung. Die Grünen bringen das volle Programm mit Cannabis-Kontrollgesetz, vollständige Regulierung inklusive Fachgeschäft und so weiter. Und die FDP hat eben Modellprojekte beantragt, dass man die jetzt mal in den Städten, die das machen wollen, auch, dass sie das auch machen dürfen. Und unsere Petition liegt ja auch noch zur Entscheidung vor. Also alle gucken auf den Bundestag und in dem Moment sagt eben der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses von der CDU, dass er für Modellprojekte ist. Das könnte ein Gamechanger werden und ist da vermutlich nicht ganz alleine unterwegs innerhalb der CDU. Die CDU ist möglicherweise tatsächlich kompromissbereit, insbesondere wenn die SPD sich dann jetzt noch positioniert und das auch einfordert, dass es wenigstens die Modellprojekte gibt. Und auch da gibt es gute Nachrichten. Gerade auch haben wir ja unsere Videopetitionen laufen an die SPD, ganz speziell SPD-Bundestagsfraktion, Bundespartei. Das Video hat mittlerweile die 60.000er View-Marke überschritten. Verlinke ich auch nochmal unter dem Video. Guckt es nochmal, empfehlt es nochmal euren Freunden. Noch hat sich die SPD nicht positioniert. Aber es wird ein Papier beraten gerade erst in der Arbeitsgruppe, um es dann in der Gesamtfraktion abstimmen zu lassen. Genau das, was eben jetzt nötig ist, dass die SPD eine klare Position bezieht und dann eben auch damit zur CDU geht. Also es tut sich da was in der SPD und das könnte durchaus vorwärts gehen. Noch ganz kurz vielleicht, weil immer wieder kommen jetzt diese Kommentare, ja was soll das mit den Modellprojekten? Das verzögert die Legalisierung doch nur, brauchen wir gar nicht, wir brauchen keine Erkenntnisse. Wir wissen, dass die Legalisierung sinnvoll ist. Sehe ich natürlich auch so. Aber ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass wir immer noch eine CDU-geführte Regierung haben mit der CSU am Tisch und mit einer Kanzlerin Merkel. Und da ist eine vollständige Legalisierung aller grünes Gesetz, was natürlich optimal wäre, nicht unbedingt wahrscheinlich. Und das wird sowieso dann nicht passieren in dieser Legislaturperiode. Aber die Modellprojekte wären da eben schon eine massive Lockerungsübung. Auch das hätte nicht unbedingt jeder von so einer CDU-Regierung erwartet, falls das tatsächlich zustande kommt. Also ich würde das als Fortschritt sehen. Wir hätten vielleicht die ersten paar tausend Menschen in Deutschland, die tatsächlich legal Cannabis erhalten, ohne dass es um Medizin geht. Das würde natürlich auch entsprechend Berichte verursachen. Man würde sich daran gewöhnen sozusagen. Und man hätte natürlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die hoffentlich dann auch die Skeptiker gegen eine Legalisierung überzeugen. Im dümmsten Fall kommen Ergebnisse bei raus, die gegen die Legalisierung sprechen. Aber davon gehen wir ja alle nicht aus. Da müssen wir natürlich auch als Handverband gucken, dass das Studiendesign am Ende vernünftig aussieht. Aber dafür wird hoffentlich dann jede einzelne Stadt auch letztendlich zuständig sein, wenn grundsätzlich die Modellprojekte erstmal erlaubt werden. Also Fortschritt in der CDU. Vielleicht kriegen wir tatsächlich bald diese Modellprojekte. Und da passt auch ganz gut rein, dass die SPD jetzt da weiter diskutiert, insbesondere in Berlin. Da haben wir den sehr aktiven gesundheitspolitischen Sprecher Thomas Isenberg, der jetzt eben auch unterwegs ist, um den Landesverband Berlin, der SPD, da auf Kurs zu bringen. Und auch tatsächlich als kurzfristige Maßnahme die Modellprojekte zu befürworten. Berlin gehört ja auch zu den Städten, SPD geführt, die ein Modellprojekt machen wollen. Das wollen sie in der Partei jetzt nochmal klarstellen. Und auch die Position, dass ein legaler Handel von Cannabis streng reguliert mit Jugendschutz und so weiter anzustreben ist. Also damit wäre die SPD der dritte Landesverband, der sich für die Legalisierung ausspricht. Noch ist es nicht so weit. Der Entschluss des Landesverbandes steht im November an. Aber das wäre tatsächlich auch nochmal Rückenwind, auch Richtung Bundestagsfraktion der SPD, dass da mal was vorwärts geht. Eine Alternative zu den etablierten Parteien hat sich letzte Woche gegründet, die Hanfpartei. Ein Thema, das im Prinzip seit Gründung des DHV immer wieder kommt, auch von Usern. Warum gründet ihr nicht eine Hanfpartei? Was haltet ihr davon? Wir persönlich meinen, dass es eine überparteiliche Lobbyorganisation geben muss, die auch eben sich mit den anderen Parteien beschäftigt und nicht nur an eine Partei gebunden ist. Das machen wir beim Hanfverband. Und insofern können wir natürlich auch nicht selber jetzt irgendwie eine Partei gründen. Wir werden das weiter tun. Aber ob jetzt eine Hanfpartei an sich sinnvoll ist oder nicht. Ich persönlich bin da skeptisch oder wir beim Hanfverband, weil es ein enormer Aufwand ist, eine Partei aufzubauen, die wirklich Durchschlagskraft hat. Und dann eben auch die Frage ist, inwieweit kann sich eine Einparteienpartei positionieren und über 5% auch kommen und in die Parlamente kommen. Oder umgekehrt, wie es nämlich jetzt hier der Fall ist, bei der Hanfpartei, die sich gerade gegründet hat. Man versucht, sich breit aufzustellen. Man versucht wirklich einen kompletten Themenkatalog anzubieten. Und dann gibt es natürlich tatsächlich auch bei allen Legalize-Befürwortern durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Zum Beispiel will die Hanfpartei die Einkommensteuer abschaffen. Da sind durchaus eine Menge Thesen dabei oder Programmpunkte, die die Hanfpartei vertritt, die vielleicht nicht unbedingt mehrheitsfähig sind, die dem einen gefallen, der anderen nicht. Mir hat zum Beispiel ein Mitglied berichtet vom Hanfverband, das da war bei der Gründung der Hanfpartei und begeistert war von wegen, ja, genau mein Programm sozusagen. Aber es sind sicherlich auch viele dabei, die das weitgehend nicht unterschreiben können. Ich verlinke die Hanfpartei unter dem Video. Ihr könnt ja mal selber sagen, was ihr davon haltet. Gerne Kommentare hier unter dem Video. Ich bin gespannt, was ihr zum Programm der Hanfpartei sagt. Ja, und wir werden weiter berichten, wenn die Hanfpartei erfolgreich agiert. Ebenfalls gewünscht haben sich Leute einen Themenschwerpunkt hier. Hanfbar Braunschweig, wieder eine Razzia, mache ich gerne, ist ja tatsächlich eine wilde Geschichte. Die Hanfbar in Braunschweig verkauft Nutzhanfblüten sozusagen, also CBD-lastige Hanfblüten mit geringem THC-Gehalt. Nach Angaben der Hanfbar auch unter 0,2 Prozent, also offizieller Nutzhanf. Und die Razzien haben aber wohl ergeben, angeblich, dass zum Teil in diesen Blüten mehr als 0,2 Prozent THC drin war. Bis 0,5, glaube ich, stand in der Pressemitteilung über die erste Razzia, was da beschlagnahmt wurde. Wobei die Messmethoden der Polizei auch ein bisschen merkwürdig zum Teil sind, wie ihr in der letzten Ausgabe der DHV News seht. Berlin mit Straßengras über 40 Prozent, da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht ist das hier in Braunschweig auch der Fall. Aber interessant ist halt auch, dass die Hanfbar in Braunschweig da so renitent ist und sagt, wir sind im Recht, wir dürfen das verkaufen. Während die Staatsanwaltschaft das ganz anders sieht. Und nach jeder Razzia stellen die einfach neue Ware ins Regal. Und natürlich kommt dann die Staatsanwaltschaft auch wieder und die Polizei umbeschlagnahmt dann wieder die nächste Runde und so. Mal sehen, wie lange das noch hin und her geht. Wahrscheinlich ein teurer Spaß für die Hanfbar, vor allen Dingen, wenn sie den Prozess verlieren und die ganze Ware dann weg ist. Aber ja, also wir sind gespannt, wie das weitergeht. Hat so ein bisschen tatsächlich auch einen rückigen Touch das Ganze. David gegen Goliath oder kleines Dorf in Gallien oder so. Die lassen nicht locker bei der Hanfbar. Und da kann man nur hoffen, dass bald ein positives Urteil dazu gibt. Dann haben wir in jeder deutschen Stadt einen Laden, der Marihuana mit wenig THC verkauft. Jetzt habe ich zwei interessante Informationen zum Thema Medizin und Patienten. Einmal geht es um eine Aussage des Bundesversicherungsamtes. Hört man auch nicht alle Tage. Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es das gibt. Die sind aber auch dafür zuständig, sich damit zu befassen, wie die Krankenkassen mit der Erstattung von Cannabis als Medizin umgehen. Und haben da jetzt einen Bericht verfasst und sagt, ja, weitgehend läuft alles okay. Aber manche Krankenkassen befristen die Genehmigung für medizinisches Cannabis. Und das Bundesversicherungsamt sagt, das ist nicht okay. Die Krankenkassen sollen einmal beurteilen, ob ein Patient Cannabis bekommen soll oder nicht. Und eine Befristung ist nicht in Ordnung. Ab dann gilt die Therapiehoheit des Arztes oder der Ärztin. Dann kann Arzt und Ärztin alleine entscheiden, ob weiter mit Cannabis therapiert werden soll oder nicht. Und die Krankenkasse muss dann weiter erstatten, wenn sie einmal den Beschluss gefällt hat. Also eine sehr interessante Aussage des Bundesversicherungsamtes. Das können sich alle mal genauer angucken, die vielleicht eine Befristung drin haben bei der Genehmigung der Krankenkasse und sich darauf mal berufen, im Zweifelsfall sogar klagen. Die Infos dazu findet ihr wie immer unter dem Video hier. Und dann gibt es noch ein interessantes Urteil zum Thema Cannabis-Medizin und Autofahren. Das Oberverwaltungsgericht Saarlouis hat nochmal bestätigt, Cannabis-Patienten dürfen Autofahren. Das ist ja soweit nichts Neues. Aber ganz interessant an dem Fall war, dass der Patient aufgefallen war, bevor er ein Rezept hatte. Bevor er also ärztlich legitimiert Cannabis als Medizin aus der Apotheke bekommen hat. Es hat eine Razzia bei ihm gegeben. Sie haben da einiges gefunden und daraufhin, wie üblich, eine Meldung an die Führerscheinstelle gemacht. Und die wollte den Führerschein haben. Dass der Patient kurz danach sich quasi legitimiert hat, dass er tatsächlich sinnvollerweise Cannabis als Medizin gegen durchaus schwere Leiden konsumiert, hat für die Führerscheinstelle überhaupt keine Rolle gespielt. Die haben gesagt, das ist ein ganz normaler Genusskiffer und er will sich da nur ein Mäntelchen überhängen, sozusagen medizinisches. Und wir wollen den Führerschein haben. Und diese Haltung hat das Oberverwaltungsgericht Saarlouis mächtig kritisiert. Also richtige Watsche war das an die Führerscheinstelle, dass sie sich mit dem medizinischen Konsum überhaupt nicht befasst hat. Und tatsächlich darf dieser Patient jetzt weiter Autofahren, obwohl der Vorfall, wo er aufgefallen ist, vor dem Rezept war. Also das haben wir so auch noch nicht gehabt und dürfte auch viele betreffen. Und es versuchen ja tatsächlich viele, sich anderweitig zu versorgen mit Medizin, weil sie keinen Arzt finden, weil die Kasse nicht bezahlt und so weiter. Ihr kennt die ganzen Probleme, die das gar nicht erst angehen und sich anderweitig versorgen, dann aber eben Führerscheinprobleme kriegen. Möglicherweise gibt es genau ähnlich gelagerte Fälle einige noch da draußen und auch zukünftig noch einige. Das könnte ein ganz interessantes Urteil sein. Ist halt die Frage, ob sich das dann auch vom Bundesverwaltungsgericht zum Beispiel bestätigen wird. Coca-Cola steigt ins CBD-Geschäft ein. Nochmal so eine Geschichte wie die Hanfbar in Braunschweig im Kleinen sozusagen und CBD in der Blüte. CBD nimmt jetzt auch Fahrt auf in der ganz großen Nahrungsmittelindustrie, nicht nur bei Coca-Cola, aber eben auch. Die wollen jetzt alle möglichst viel CBD in ihre Produkte packen, neue Produktlinien aufmachen und so weiter. Insofern ist der Weltmarkt für CBD mittlerweile vermutlich leergefegt. Die Nachfrage ist gigantisch. Da geht es natürlich um riesige Mengen, die da letztendlich unter das Volk gebracht werden. Vielleicht werden wir dadurch alle ein bisschen gesünder. So wie jodiertes Speisesalz im Brot haben wir demnächst so eine Standarddosis CBD über alle möglichen Produkte sowieso schon mal automatisch im Blut. Mal sehen, wohin das führt. Das führt vermutlich aber auf jeden Fall auch zu einer weiteren Entspannung der Bevölkerung in Sachen Cannabinoide. Dann habe ich noch aus dem Ausland eine ganz schlechte und eine ganz gute Nachricht. Ich fange mit der schlechten an. Die kommt aus Malaysia. Es gibt ja immer noch Staaten, die die Todesstrafe anwenden für Drogendelikte. Einer davon ist Malaysia. Und hier geht es um besonders perversen Fall. Da hat also jemand Patienten versorgt mit Cannabis zur Linderung ihrer Leiden. Teilweise sogar kostenlos, wenn sie sich das nicht leisten konnten. Und bei dem Mann wurden drei Liter Cannabisöl gefunden und 279 Gramm Hanfblüten. Dafür hat er die Todesstrafe erhalten. Die medizinische Anwendung wurde nicht beachtet, weil die Staatsanwaltschaft sagt, die medizinische Anwendung von Cannabis wird in Malaysia nicht anerkannt. Insofern ist es keine medizinische Anwendung, sondern ein ganz normaler Drogendealer. Und ja, der kann sich jetzt darauf vorbereiten, demnächst sein Leben beendet zu bekommen. Also wirklich eine traurige Geschichte aus Malaysia. Und jetzt kommt die Gute hinterher aus Südafrika. Großartige Sache. Jetzt ist es nämlich endlich soweit. Schon im letzten Jahr, glaube ich, kamen die Hinweise auch von Zuschauern und so, die gesagt haben, Südafrika legalisiert, berichte mal. Und ich habe gesagt, mach mal langsam. Das war nicht das oberste Gericht, das da entschieden hat, sondern eine vorherige Instanz. Und das wird nochmal weitergehen. Das wird später entschieden. Das ist noch nicht soweit. Und jetzt ist es soweit, tatsächlich, das höchste Verfassungsgericht in Südafrika hat den privaten Konsum von Cannabis erlaubt und den Eigenanbau. Wie das genau aussieht, dafür hat die Regierung jetzt 24 Monate Zeit, also zwei Jahre, jetzt Mengen festzulegen. Wie viel darf denn jemand zu Hause haben? Wie viele Pflanzen darf jemand anbauen und so weiter. Aber dass der private Konsum in den vier Wänden, eigenen vier Wänden möglich ist, das gilt im Prinzip sofort. Leider habe ich keine Aussage dazu gefunden, ob man damit auch kleine Mengen in der Öffentlichkeit mit sich herumtragen darf, wenn man also meinetwegen Freunde besuchen geht und eine Eigenkonsummenge mitnimmt, die man da dann auch konsumieren darf, darf man die dann da auch hinbringen. Dazu hat das Urteil, glaube ich, nichts gesagt. Aber immerhin, rein für sich zu Hause ist in Südafrika jetzt der Anbau für den eigenen Konsum möglich und eben, ja, der gechillte Konsum. So ähnlich ein bisschen wie in Washington DC, da sind wir auch schon nah dran, an der Legalisierung, auch wenn eben der Verkauf weiterhin verboten ist und es keine Fachgeschäfte geben wird. Und, naja, zurück nach Deutschland und noch eine irrsinnig traurige Nachricht. Ich habe ja hier seit langem schon eine Reihe gehabt über die Lindenstraße, weil da eben Hans Beimer, die bekannteste Figur möglicherweise überhaupt aus der Lindenstraße, gegen seinen Parkinson Cannabis als Medizin nutzt und da gute Erfolge hat und so weiter und die Lindenstraße halt komplett aufgearbeitet hat, welche Probleme hat er dabei, über die Krankenkassenthematik war zu hören, über Eigenanbau und so weiter und das eben in so einer Mainstream-Sendung, die halt völlig andere Leute erreicht, als wir zum Beispiel vom Handverband-Kanal. Deswegen war das durchaus wichtige gesellschaftliche Geschichte, dass die Lindenstraße das aufgegriffen hat. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe damit. Vielleicht gibt es irgendwelche Hardcore-Fans da draußen, die jede Folge auswendig kennen. Die können hier mal kommentieren, wann zum ersten Mal die Lindenstraße in den DV-News aufgetaucht ist. Und das geht jetzt zu Ende. Denn der Schauspieler Joachim H. Luger geht in Rente und stirbt deswegen in der Lindenstraße. Der Beweis kommt hier. Wir müssen los. Ja, es wird kühl und Emil wartet. Kommst du, Hans? 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 Ja, zack, so will ich auch mal sterben. Super angenehm, vielleicht so mit 80, mitten in den DHV-News, wenn ich dann glücklich verkünde, dass der Vatikan als letzter Staat der Erde Cannabis legalisiert hat und über die 100 neuesten Sorten oder so, dann schlafe ich entspannt glücklich ein. Und Max sagt dann so mit 65, ey Alter, was los? Bist du jetzt irgendwie tot oder was? Ja, so kann man das machen. Beerdigt haben sie Hans Beimer auch noch. Hier kurz, zack. Ja, und damit hat sich dann wohl erst mal das Thema Cannabis als Medizin in der Lindenstraße erledigt für uns in den DHV-News. Tschüss, Lindenstraße, war schön mit dir. Und vielleicht sieht man sich ja doch auch nochmal wieder. Hey Sarah, weißt du, wo Papa das Zeug gesteckt hatte, was hier reinkommt? Und damit komme ich nochmal zu zwei kleinen Geschichten in eigener Sache. Und zwar erstens gibt es auf der DHV-Seite jetzt einen Text zu safer use by Cannabis. Denn niemand behauptet ja, dass Cannabiskonsum vollkommen risikolos und harmlos ist. Am besten nicht konsumieren, muss man sich damit nicht beschäftigen. Aber wer konsumieren will, sollte ein paar grundsätzliche Tipps beachten, um eben die Risiken zu minimieren. Safer use. Und dazu hat uns die Ortsgruppe München zehn Punkte geliefert, die auf unserer Seite stehen. Was man alles beachten sollte, schaut da mal rein. Ich habe es unter dem Video verlinkt und kommentiert hier, wie ihr das machen würdet, was euch da vielleicht fehlt, was ihr vielleicht anders seht oder so. Das würde jeder ein bisschen anders machen. Insofern sind wir da gespannt auf euer Feedback hier unter dem Video. Schaut doch da mal rein. Außerdem habe ich eine E-Mail bekommen von einem neuen Fördermitglied beim Handverband. Und der sagt, er wollte uns eigentlich immer schon ganz, ganz lange schon unterstützen. Wohnen, wohnt aber im repressiven Bayern und will nicht, dass irgendwie Nachbarn das mitkriegen oder so. Und hatte immer Angst, dass er dann Post von uns bekommt mit einem riesigen fetten DHV-Adler drauf oder so. Und hat dann erst nach langem Suchen auf unserer Seite den Hinweis gefunden, dass wir sehr diskret Post versenden. Da steht also nichts von Handverband als Absender drauf. Da steht Georg Wurt als Absender drauf. Genauso zum Beispiel auch bei Einzugsermächtigungen auf dem Bankkonto steht auch Georg Wurt und nicht Handverband. Also wir sind da sehr, sehr diskret. Wenn ihr das nicht wollt, bekommt das kein Mensch mit, dass ihr DHV-Fördermitglied seid. Und das neue Fördermitglied hat halt geschrieben, da soll ich doch mal in den DHV-News drauf hinweisen. Und er sagt, ich bin mir sicher, dass sich das auf eure Mitgliederzahlen bemerkbar machen wird. Da bin ich gespannt, ob wir jetzt diese Woche 20 Mitglieder mehr haben, weil ihr jetzt alle wisst, wir versenden diskret. Und damit komme ich zu den Terminen. Da haben wir zuerst mal den Sindelfinger-Marihuana-Marsch am Samstag, 22. September. Also es wird weiter demonstriert da draußen. In München gibt es einen Infostand zum Oktoberfest. Und zwar haben wir davon gleich drei, die nenne ich mal, hintereinander weg. Also wir haben den ersten DHV-Infostand in München beim Oktoberfest, Samstag, 23. September. Dann haben wir einen am Sonntag, den 30. September. Und es gibt noch mal einen am Sonntag, den 7. Oktober. Also Ortsgruppe München wie immer fleißig bespielt das größte Alkoholfest der Welt mit Hanfpropaganda. Die freuen sich bestimmt, wenn ihr vorbeikommt. Außerdem trifft sich die Ortsgruppe Erfurt am Mittwoch, 26. September. Die Gruppe in Rhein-Neckar trifft sich in Heidelberg am 1. Oktober. In Stuttgart gibt es auch eine kleine Demo zum Tag der Deutschen Breitheit am 3. Oktober 2018. In Berlin trifft sich am 5. Oktober Freitag das Selbsthilfenetzwerk Cannabis als Medizin. Und in Mönchengladbach gibt es das zweite öffentliche Treffen der DHV-Ortsgruppe in Gründung in Mönchengladbach. Wer also sich freut, dass da auch endlich vor Ort was gibt, wo man mitmachen kann, möge dahin gehen, Sonntag, 7. Oktober. Und damit wünsche ich mir wie immer, dass ihr dieses Video liked, verbreitet, teilt und so weiter und so fort. Und abonnieren bitte den Kanal. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag.